ein herzliches hallo und willkommen zu einer neuen folge und zu einem neuen jahr ja ja erster erster 2020 dazu auch ein recht herzlich willkommen auf ihr seid gut reingerutscht und naja seid nicht ganz so verkatert also ich weiß ich werde es nicht sein denn ich war arbeiten oder werde arbeiten gewesen sein wie der weiß ich nicht zukunftsfutur 2 oder sowas heißt ja letzte folge also punktlandung wir haben es gerade noch so geschafft die nächste insel freizuschalten mit dem letzten gebäude ja war tatsächlich ganz ganz eng aber hat uns dazu gebracht dass wir doch noch mal im neuen jahr eine folge islanders machen so herzlich willkommen und wir können auch mal ein sammeln die karte sieht schon mal ein bisschen besser aus auch wenn das hier kacke ist dass die statue hier hinten ist das ist blöd okay holz ist denkbar ungünstig wir machen so hier oben müsste eine stadt hin wie kurs aus die jolt hier könnte man vielleicht noch holzfäller dann machen wir machen wo ich bin so ein depp ja da hat der kollege einfach überhaupt gar nicht weiter nachgedacht stimmt da man kann ja auch sand schlecht felder bauen aber das reicht gerade noch so oh gott da das war ja super start ziegelindustrie ist das schon deutlich angenehmer wahnsinn dass die sich auch noch überschneiden gott dem alter na happy birthday was für ein kack start das hätte mir aber auch nichts gebracht hätte ich naja gut hier jetzt mir was gebracht hätte ich die farm hier ganz außen entsetzen müssen das könnte sehr bitter schon werden das könnte ein sehr bitterer start werden gut war es erst mal das beste draus also dann geht es auch nicht hin wie sagt hier würde ich gar nicht stadt haben wobei ich die stadt eigentlich gerne hier hin hätte so wie weit krieg ich das noch rüber oh gott das hat ja gar nicht so viel so und dann hier ziegelindustrie ans meer meer ok so weiter stadt pack ja brauerei mache ich definitiv nicht weil für brauerei brauche ich grundfläche also wir fangen erstmal mit der stadt an ich hätte gerne zwei städte hier kommt die für die normale bevölkerung hin wie kann ich das da nicht bauen wollte schon sagen so die hebe ich mir erstmal auf und dann gucken wir mal wie weit wir kommen so holzfäller pack macht mehr sinn so holzfäller okay schöne 15 und nochmal eine schöne 12 muss ich vielleicht ein bisschen besser planen ach das kommt wieder genau in die stadt rein i hate it jetzt schon ok wir müssen uns ein bisschen außerhalb setzen weil das hier ordentlich minuspunkte bringen wird später so was haben wir hier ziegelindustrie ok die müssen wir hier hinten hanknallen so die hebe ich mir erstmal auf steinmetz auf jeden fall mhm wieder ziegelindustrie ok so ah der steinmetz ich würde ihn tatsächlich ihm ihn tatsächlich hier hinbauen because wegen dem tempel später 15 hier ist aber auch eine 15 setz ihn da hin kriegt das hier noch dazwischen also so geht es auf jeden fall steinmetz und hier nochmal 12 achso wegen minus ja gut reicht gerade noch so für die nächste stufe ich meine wir haben noch vier von den villen so der schamane der kommt auf jeden fall hier hinten eine 30 eine 36 21 genau kurz gucken ob es hier vielleicht noch bessere Spots gibt aber ich denke mal dass dieser Spot hier auf jeden fall das beste ist ähm wobei der schamane halt eigentlich auch hier hinten geil wäre für den Tempel später aber wir machen erstmal die Punkte dann ist mir jetzt aktuell erstmal wichtiger auch keine ahnung wie das hier richtig ist ja so kann man es theoretisch bauen ja ist ok und noch ein Feld für hier oben ja hier habe ich natürlich auch wieder ganz klasse gebaut dass ich da kein Ressort mehr hinkriege ja Wahnsinn ich lass mal das frei vielleicht kriege ich da noch ein Ressort dazwischen ja jetzt muss ich doch noch die teuren Villen bauen da kann ich mir aber einen neuen Spot suchen wir bauen mal die Stadt hier oben hin auch eins mhm kacke alter warte 7 oh der Schamane bringt noch ein bisschen was oh zählt das die Blase geht nur bis oben hin ich meine hier würde ich natürlich deutlich mehr kriegen ich baue den um den Schamanen rum hinten kriege ich hier noch irgendwo Pluspunkt in der Nacht weil hier das kann ich vergessen da kriege ich eine Stropf gebastelt ähm wir setzen ihn um den Schamanen erstmal so ich hoffe dass wir jetzt ein neues Stadtzentrum kriegen oh komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon nein wieder keiner ach damn alter ach Holzfäller 3 2 2 4 1 5 5 eine 8 eine 10 eine 7 eine 7 eine 7 hier dazwischen gebabselt hier dazwischen gebabselt ja Feld müssen wir hier oben hinsetzen die Teile kommen hier hin ich lass mir das hier vorne wieder frei die Ecke doch müsste doch grad so richtig gewesen sein so nächstes komm schon Stadtpack ach Brunnen Rauerei lass ich aus Nächster Fischer nochmal eine 13 oh Gott noch einer und eine 11 Elle aus Elle Brunnen 21 25 23 packen ihn mal hier hin ach Gott wir haben tatsächlich noch einen Profitiert der sonst noch von irgendetwas ne 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 ok hier könnte ich noch eine 21 draus basteln 17 17 kriegen wir hier noch oh hier hinten wäre wahrscheinlich noch gut oh er geht nicht hin oh er geht nicht hin ach das gibt's doch nicht ach das gibt's doch nicht wieder keins ja Häuser krieg ich hier nicht mehr hin wie sagt das lass ich mir das würde ich mir gerne freilassen eigentlich hier die Ecke 14 14 Schamane 27 jetzt möchte ich den hier nochmal hin knallen 23 aber der bringt mir der bringt mir nochmal ein paar extra punkte für die Willen haben wir es jetzt noch nicht ok müssen wir nochmal eine Villa setzen boah komm schon gibt es dazwischen noch ja sehr schön Park Stadtzentrum komm 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 ja sehr geil Stadtzentrum super ach shit alter frage ist wie baue ich denn das jetzt passt das da? passt ok gut ok 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 12 12 16 da nehme ich mir noch ein bisschen was von dem Glitter hier weg die Park setze ich wahrscheinlich hier oben hin so erstmal noch ein Schamanen ja die müssen wir alle hier hin klatschen geht nicht anders geht nicht anders so eine Sandgrube hier hinten kriegen wir noch eine da hin für 12 so wie gesagt Parks kommen woanders hin 14 sehr schön eine 19 sogar aber nehm auch die hier von 19 soo Parkanlagen also hier wie gesagt würde ich gerne Platz lassen eigentlich und die Parks müssten eigentlich hier hinten rein die sind die sind die kriege ich nicht besser rein gebaut, ne? ok ne 6 lohnt nicht so ne 25 immerhin schon mal wie könnte ich denn hier eigentlich nichts bauen ok ne 31 können wir auch schon mal setzen der nächste Brunnen könnte dann auch da hinten hin sehr schön 2 im Voraus plateau wie gesagt wir müssen Vorbereitung treffen für den für den Tempel deswegen müssen wir hier eigentlich auch überall äh Brunnen soll ich schon Dinger setzen Boah Boah Felder weiß ich nicht Boah Felder müsste ich Lügenopfer damit noch Bonuspunkte kriegen aber ich hoffe dass das Resort hier oben noch hin passt I really hope it so warum kriege ich hier eine 12 eigentlich naja beschweren wir uns nicht, wa? so so Holzfäller 5 auch eine 5 kriege ich hier eine 4 3 4 3 auch eine 4 haben wir hier hinten noch irgendwas schönes eine 2 da ist schon leider einer ja maximal eine 2 eine 5 ja gut ich sag mal jeder Punkt zählt ne eine 6 kriegen wir hier okay ähm Turm nochmal Hütten ich hoffe dass ich hier oben stacken kann ja also nicht stacken sondern noch hin bauen so super dann einmal hier die Randhütter oh komm geh dahin ach Mist dann einmal dort der Turm eine 19 aber hier hinten wäre es deutlich effektiver äh oder auch nicht was was Tempel Steinmetz Ballon Statue Stadtmauer okay Hauspark Villa ist sogar das gleiche ja 24 wir heben uns den Turm natürlich wieder auf der Turm bringt nix denke ich mal ne ok oh alter noch eine Holzfäller kriegt einen zu viel eine Null shit shit alter oh gott das war ne scheißrunde oh oh jetzt könnte es langsam gen Ende gehen zwölf zehn fünf jetzt müssen wir langsam aufpassen ok ok es gibt Minus eine 13 hier bei den eine 18 oh ja ein 18er Park ist ganz klasse wie gesagt das will ich eigentlich nicht verschwenden so Lager 21 20 26 boah da stelle ich mir aber auch alles zu dann 17 wir packen erstmal das Lager hier hin ohne 27 super nächste Stufe check Steinmetz muss auf jeden Fall hier hin für den Tempel Parks müssten eigentlich hier oben hin für den Tempel man dass ich diesen Park da nicht noch setzen kann hm 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 hütte hütte ah scheiße das ist doch ein viereggiges Ding 24 20 man dammit alter ich will das hier nicht zubauen so Park genau dafür nehme ich den Zirkus sehr schön eine 40 28 ja der wird wohl nicht besser Platz oh sehr geil eine 56 sehr schön so Steinmetz aus Gründen die wir alle kennen mal gucken ob es jetzt hier bessere Spots gibt als das hier 3 DÖ ohne 10 schön ohne hier eine 13 sogar na dann knallen wir den hier hin das Hütchen so noch mal so ein Gerät oh Gott alter es passt nirgendwo in eine 12 hier sehr schön und noch eine normale Hütte ja ist alles ungünstig hier 14 21 nehmen wir so wir haben noch einen frei 11 wir haben noch einen quasi in der Hinterhand 11 ah da baue ich dann langsam wieder alles zu was ich eigentlich nicht möchte auch eine 11 12 eine 13 so Turm 16 23 23 23 32 da fällen wir auch den Spot hier noch auch eine 32 ah 32 ah 32 ok beim Turm bin ich mir grad unsicher ob der Pluspunkte bringt Goldmine ach Goldmine ist so scheiße also das also aller höchstens hier hin das sehen wir uns aber erstmal auf ist das ein Sägewerk 7 9 hier war eine 20 irgendwo geil schön so nochmal ein paar teurere Häuser 12 Aura 14 sehr schön so jetzt macht der auch nur 20 theoretisch jawoll ach der Markt ja wie gesagt ich will nicht auf die Brauerei gehen weil die Brauerei wird mein Todesurteil später jetzt mal hier mal ohne 10 ganz ehrlich mit dem Lagerhaus müsste das eigentlich super sein ja 15 23 sogar ja schön so Hütten kommen hier hinten eine 11 nur noch 12 14 15 16 uh immer besser 16er Hütten eine 11 so eine 36 oh das könnte hier oh wenn er hier hingehen würde 46 naja eigentlich fehlt nur noch die Taverne eigentlich fehlt nur noch die Taverne eigentlich fehlt nur noch die Taverne hier oben 13 13 9 10 minus 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 wo war das hier mit der 13 ja so eine 48 Lager Stadtzentrum Steinmetz Statue Fischerhaus Villa Alter wenn er hier hingehen würde hier wäre monströs gewesen das Wasser kann ich nicht bauen oh so bitter okay ja auch hier wäre nach oh hier wäre sogar noch 50 irgendwo also hier wäre auch eine 48 also hier wäre auch eine 48 setzt man da hin okay Juwelier 25 20 20 10 10 hier auch auch eine 20 also maximale 25 okay ah Resort jetzt bitte bitte lass es da noch hin passen das wäre so geil das wäre auslich wie gesagt ich habe extra diesen Spot hier nein er passt nicht hin oder es passt nicht hin ich mache trotzdem noch plus ich mache trotzdem noch plus okay ich könnte es noch ein bisschen verbessern auf eine 26 max 29 okay was bringt denn da noch Punkte ah Fischer würde noch was bringen Brunnenpark Wasserplateau Plateau Hopfen auf dem Feld vor allen Dingen Baurei würde aber Minus geben ne ne ok oh gut wir müssen es gleich riskieren das war da hinten die Brauerei jetzt kommt der Tempel gibt es doch nicht shit shit alter ich mache erst die Brauerei so bitte lass das okay das geht ah sehr schön das geht so von was profitierst du nur Statue Lager Algenfarm okay haben wir alles nicht dann können wir das Ding auch hier anknallen so Resort jetzt schon die 38 sehr geil geht noch hin da 40 passt aber nicht mehr hin 43 ok sehr gut sehr schön ne 8 ne 8 machen wir der Goldesel ne 30 ja hier haben wir sogar ne 40 wir setzen ihn jetzt wir müssen die Punkte erreichen hilft jetzt nischt 16 ne 13 ne 9 noch mal ne 13 oh Gott wir haben grad mal die Hälfte geschafft für die nächste Insel ja das wir aber definitiv nicht mehr schaffen Taverne ist hoffentlich nochmal ein bisschen erfolgreich die kommt da hin 33 ich glaube das ist auch so mit das Maximum was geht ohne 37 schön ja dann 37 30 so hinten kommen wir hinten hin ich glaube es könnte gleich vorbei sein ich glaube es könnte gleich vorbei sein das teure Häuschen so wir übertreiben es heute auch mal ein bisschen mit der Folgen länger kacke es geht hier nicht hin reicht denn da eigentlich nichts hin? ach weil da im Park ist alles klar 9 10 10 hier ist ne 9 7 8 dann können wir es auch hier anbauen so ein Parkowitsch ah sehr schön in 13 ficken alter Stadtmauer muss definitiv hier hin komm schon gib bitte dazwischen das gibts doch nicht nein es geht nicht dazwischen ich krieg ne Sturzgeburt 14 nein ich wills da haben 6 ist so scheiße 6 ist so kacke hier da der Tempel ich hebe mir das mal kurz auf so jetzt kann ich das hier oben auch zubauen jetzt weiß ich ja dass es nicht dazugeht der Schamane 15 wahrscheinlich 18 was war da? 21 ja müssen wir hier anbauen 21 vorbeigern ganz kurz der Schamane ne bringt keins wir müssen das Resort jetzt bauen tut mir leid 43 ist das ein Stadtzentrum? mhm ah alles klar so jetzt müssen wir auf den Tempel gehen jetzt muss der Tempel alles rausreißen jetzt muss der Tempel alles rausreißen so ein Brunnen so ein Brunnen oh selbst der Brunnen bringt kaum noch was hier oben vielleicht noch 24 jawoll oh ja 31 oh oh so langer Park ja wenn ich da keiner Dings hin bauen kann also keiner keine Stadtmauer kann ich auch keinen Park setzen 10 was gibt es hier vorne? nichts 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 hier wäre auch noch ein Park super super 14 so wo war die 14? hier reicht schon für die nächste? ne ok Tempel also ich würde jetzt schon eine 16 äh eine 26 machen ne Stadtmauer bringt mir 10 ok wenn ich jetzt die Stadtmauer sagen wir mal hier hinsetze ok würde schon Punkte bringen 12 ach waren das hier mit der 12 hier? 14 ach ich hätte wie gesagt die gerne hier wäre sie super hier wäre sie bombastisch so da 10 mehr also ich müsste eine 16er Mauer irgendwo ok eine 17er Mauer krass hier auch eine 17er Mauer so Ballon ganz wichtig nochmal eine Stadtmauer also ich sagte wenn ich eine 17er Mauer habe dann wird die definitiv gesetzt also 17 oder mehr oh hier 21 alter krass ah da geht es ja nicht so hier hinten muss er die hier hin bauen noch eine Tavern ach so da haben wir ja schon einer äh 29 31 da war noch eine 37 sehr schön so Haufenfeld normales Feld kriegt das eh sehr schön geht noch hin normales Haus oh jetzt wird es langsam richtig kribbelig die Folge ist sehr sehr lang ich weiß 30 der Ballon hat ah Basis Gorminos ok Resort wer da hinten noch der profitiert nicht von einem Tempel ok ja also maximal eine 30 also maximal eine 30 ja der profitiert auch nicht von einer von einem Ballon so Monument oh geil endlich das habe ich gesucht das ist jetzt wunderschön das ist jetzt wunderschön du profitierst auch von Häusern ja endlich kriege ich das was ich will so hier zack 98 schon 114 oh damn Monument nischt egal oh sehr schön 20 minus kriege ich hier echt nichts vernünftiges gebacken mit dem Teil 24 gerade mal 8 20 aber das kann ich da leider nicht bauen das hier aufbauen oh das geht nicht 32 so nächstes ich will immer noch Punkte sammeln für den Tempel ah Wasserplateau bringt mir nix wäre eigentlich hier hinten glaube ich oder ne 13 13 15 ne ne neue Hütte oh Fischer war hier hinten glaube ich auch noch irgendwo 4 ah hier wäre er noch super 24 26 so Stadtmauer ah oh ich hoffe wo waren das hier 19 20 so wir bauen die mal hier hin und erhoffen dass hier trotzdem noch der ja Tempel geht auch hin 124 supergeil 132 132 jetzt schon boah das wird ein geiler Tempel jetzt ich muss ihn jetzt auch setzen 132 Bots und fast die nächste Stufe wahrscheinlich auch mit erreicht oh sehr geiler Tempel ein Glück habe ich mal drauf geachtet Wandplateau oh ja so darauf habe ich auch ein bisschen gewartet muss ich sagen auf das Wandplateau nicht ich kann's übereinander bauen hier wäre irgendwo ne 20 okay hier wäre auch ne 20 So, 18, 20, 21, 22 Stadtmauer, ah, die geht leider nicht bis nach ganz unten 15 Ja, aber ich muss sagen, es sieht doch halbwegs vernünftig gerade aus So, Park, ah, Park, das kann ich nur auf Flächen bauen hier wieder, scheiße Da war irgendwo eine 12 Eine 11 Eine 5 Da geht gar nichts 4 Da geht auch nichts rein Da ist nischt Na, hier wissen wir, dass nichts geht Sogar eine 12 Was, für was krieg ich eine minus 2? Ach, für die Mauer, oder was? Okay Ach, jetzt muss ich wirklich die Algenfarm bauen Ja Dammit Los, zack Okay, noch ein Turm Ah, so eine Kack Buhn Pisse hier 9 9 Aha, noch 15 Wegen dem Lager, glaube ich, ne? Ja, oh nee, 15 So Oh, ich Oh, nee, ich will es nicht beschreiten, aber Es wird wahrscheinlich wieder eine ganz, ganz knappe Kiste mit dem Äh, mit dem Mit dem nächsten Inselchen, so eine 10 1 Neun, ne 10, ne 11 So So, Turm 32 33 32 34 Ah, geil 52 Hier ist auch eine 53, so ja Sky High Yeah Ah, wie viel brauche ich noch? Okay Oh, das kriegen wir hoffentlich hin Das schaffen wir, das schaffen wir Wasserplateau 13 14 16 13 14 13 13 13 14 13 14 Okay, machen wir hier die 16 So Hinten hier oben hin So, ah, guck doch mal einer an 17 19 Yeah, dafür habe ich es nämlich hier oben hingeknallt Ärgerlich ist immer noch das mit dem Mit den Parks Dass das nicht funktioniert Aber eine 11 ist immer noch super 10 15 Okay, dann machen wir hier drüben Die für die armen Leute Also für die ärmeren Leute Die für die armen Sehr schön So, noch eine Algenfarm Ich habe nicht drauf geachtet Scheiße Haha Damn Ah, ich habe nicht drauf geachtet Ah, ich war mir so sicher, dass ich es hinkriege Ah, scheiße 14.824 Die End Score Mit Rang 14.411 Naja Fast gleich Ach, ärgerlich Naja, gut Okay Dann würde ich sagen Belassen wir es dabei Bei Islanders Und ja Ich sage vielen herzlichen Dank War jetzt eine längere Folge Aber Neujahr, ne Neues Jahr, neues Glück Beziehungsweise dann Äh, äh Vorbei Im neuen Jahr schon So, das erste beendete Let's Play Für das 20. Jahrhundert Äh, für Ja 20. Jahrzehnt Für das 20. Jahrzehnt Das zweite Jahrzehnt Im 20. Jahrhundert So Jetzt haben wir es auch richtig auf Deutsch Ähm Ja Lustiges Spiel Muss ich sagen Macht sehr viel Spaß Falls ich es nicht erwähnt habe Die Entwickler sind drei Stück an der Zahl Komm Aus Berlin Ja, aus der Mutterstadt Schöne Grüße Sehr, sehr schönes Spiel Was ihr da entwickelt habt Und Ich kann es tatsächlich empfehlen Also es ist Ein Spiel für zwischendurch Ist jetzt nichts Was man irgendwie Ein paar Stunden am Stück Einfach zocken kann Weil Dafür ist es dann Also es ist anspruchsvoll Aber es ist halt nicht abwechslungsreich Ne Man Muss halt taktisch Doch einiges lernen Und Trotzdem fetzt es irgendwie Also es hat irgendwie so seinen eigenen Charme Ich kann es tatsächlich empfehlen Und Würde euch Ja Das Ganze auch ans Herz legen Wenn ihr denn selber mal Lust habt Mein Highscore Ihr seht das ist ja tatsächlich Ne Alles hier live Mein Highscore zu knacken 14,8 24 Ist aktuell der Stand Und Ja Wer es selber mal ausprobieren möchte Hier ist es Link ist unten Für den Steam Store Und Dann sage ich Recht herzlichen Dank Fürs dabei sein Hoffentlich sehen wir uns dann Bei anderen Let's Plays wieder Das war es dann für Islanders Erstmal Wie gesagt War ja nur ein kleines Let's Play Wie schon am Anfang angekündigt Und Deswegen Beschließen wir das Ganze hier Bis dahin meine Lieben Gehabt euch wohl Haut rein Ciao Und Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.